Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man so einen Amazon Gutschein einlösen kann und das egal ob am Handy oder auch am PC. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Einlösen von so einem Code, egal ob von einer Geschenkkarte, einem Kassenbon oder auch wenn man das Ganze per E-Mail erhalten hat, funktioniert am PC und am Smartphone unabhängig vom Geldbetrag relativ ähnlich, weswegen ich das Ganze jetzt einfach mal zur besseren Veranschaulichung am PC zeige. Zuerst einmal sollten wir unterhalb dem Video, was du gerade schaust, auf den entsprechenden Link Code einlösen klicken, dann kommen wir nämlich auch schon im Browser zur offiziellen Webseite von Amazon und hier können wir uns jetzt mal noch mit dem dementsprechenden Konto anmelden, da wo das Guthaben anschließend auch darauf landen soll. Wenn wir alles richtig eingegeben haben, einfach mal auf Anmelden klicken und wir sind auch schon auf der Seite, wo wir unseren Gutscheincode eingeben können. In meinem Fall muss ich den Code erstmal sichtbar machen, also ich habe keine E-Mail oder einen Kassenbon erhalten, wo er sofort draufsteht, da ich mir so eine Geschenkkarte hier besorgt habe. Da gibt es jetzt oben so eine kleine Sollbruchstelle, diese muss man erst einmal aufreißen. Wenn das geschehen ist, kann man das Ganze auch schon mit etwas Gefühl aufklappen, denn hier sind überall solche kleine Klebestellen. Bei mir ging es auch etwas schwerer, es ist sogar leicht eingerissen und wenn wir dann diese Karte freigelegt haben, dann müssen wir mal noch hier oben dieses kleine Feld vorsichtig mit einer Münze freirubbeln. Wichtig ist, dass man wirklich nicht zu stark aufdrücken sollte, dass natürlich auch alle Buchstaben und Ziffern noch gut erkennbar sind und das Ganze gebe ich jetzt einmal hier drüben in dem Feld ein. Beim Eingeben sollte man übrigens auch noch unbedingt auf die beliebten Fehler, wie zum Beispiel das Vertauschen von einem großen I und einem kleinen L oder auch von einer Null beziehungsweise einem großen O achten, doch wenn du darauf geachtet hast und alles richtig eingegeben hast, dann einfach mal auf den Button daneben Ihrem Konto Gutschreiben klicken. Wir erhalten jetzt sofort eine Bestätigung, dass diese 25 Euro meinem Konto erfolgreich gutgeschrieben wurden und man kann übrigens am Tag auch beliebig viele Gutscheine hintereinander verwenden und jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie ich mit diesem Guthaben auf jeden Fall auch bezahlen kann. Hierfür habe ich mir mal diese wunderschöne Disco-Kugel ausgesucht, die lege ich mir jetzt auf der rechten Seite auch schon in den Einkaufswagen rein, anschließend sehen wir rechts oben schon das Feld, beziehungsweise den Button zur Kasse, da klicke ich jetzt auch einfach mal drauf und dann sollte uns nämlich auch schon automatisch bei Zahlungsart unser Geschenkgutschein angezeigt werden. Wir sehen, wenn ich auf Ändern klicke, ich könnte auch noch ein Bankkonto auswählen, doch wie gesagt, das ist nicht notwendig und hier unten sehen wir 16,99 Euro von unserem 25 Euro Geschenkgutschein. Saldo werden hier jetzt verwendet. Wenn am Ende der Kauf komischerweise doch nicht funktionieren sollte, dann liegt es meistens daran, dass man entweder die Versandkosten vergessen hat, denn das Ganze ist bei Amazon normalerweise erst ab 29 Euro wirklich auch kostenlos, außer du bist natürlich ein Prime-Mitglied. Außerdem kann es sein, dass du etwas kaufen möchtest, wie zum Beispiel so eine Playstation-Guthaben-Karte hier, die erst ab 18 Jahre ist. Denn bei 18 Jahren, da musst du normalerweise schon ein Bankkonto hinterlegen, das Amazon natürlich auch irgendwie überprüfen kann, dass du auch wirklich 18 bist. Und ganz am Ende noch der Hinweis, wenn du natürlich irgendwer etwas zahlst und nicht diese 25 Euro, wie in meinem Fall, ganz ausgibst, dann wird der Restbetrag am Ende einfach noch deinem Guthaben-Konto hier zugeschrieben und du kannst das Geld natürlich im Nachhinein immer noch für etwas anderes verwenden. Und somit haben wir jetzt auch schon eine Amazon-Guthaben-Karte richtig eingelöst. Falls du dir jetzt übrigens einen Amazon-Gutschein für dich selber oder auch für Freunde zum Verschenken kaufen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon auf die offizielle Webseite, wo man das Ganze auch in verschiedenen Motiven und vor allem auch mit solchen Geschenkboxen hier kaufen kann. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.